Für den Finaltag des Auspark-Cups in Evers Winkel qualifizierten sich die üblichen Verdächtigen. Zu den Top-Teams aus dem Raum Münster, SC Münster 08, Givenbeck, der Tuss Hiltup und Westfalia Kinderhaus gesellten sich noch die vier Vertreter aus dem Kreis Warendorf, des Kirchen, der Tuss Breckenhorst, Sassenberg und die SG Sendenhorst. Aber gerade für die Warendorfer Mannschaften wurde es ein schwieriges Unterfangen. Alle vier Teams hatten mit dem Halbfinale nichts zu tun und schieden mit nur insgesamt sieben Punkten in der Zwischenrunde aus. Im ersten Halbfinale standen sich also die Kanalkicker von Münster 08 und Westfalia Kinderhaus gegenüber. Die Westfalia ging zwar durchwoidert mit 1 zu 0 in Führung, doch dann lief es für die 08er wie am Schnürchen. Annas zweimal Donner, Beeling und Wachtmann sorgten für einen sicheren und verdienten 5 zu 1 Sieg. Und damit für den Einzug ins Finale. In der zweiten Halbfinalpartie wurde es denkbar knapper. Die beiden Westfalenligisten 1. FC Giefenbeck und der Tuss Hiltup standen sich dort gegenüber. Das Team von Trainer Martin Kastner behielt die Oberhand und zog mit einem 2 zu 0 ins Endspiel ein. Die Paarung des Finals hieß also SC Münster 08 gegen den Tuss Hiltup. Und auch hier war nur ein Tor das Zünglein an der Waage. Diego Castro markierte den goldenen Treffer und holt damit mit dem Tuss Hiltup zum dritten Male nacheinander die Trophäe des Auspark-Cups. Wir freuen uns natürlich, dass wir gewonnen haben, aber das Turnier ist denkbar unglücklich für uns gelaufen, was die Verletzten-Misere betrifft. Wir haben vier Verletzte zu beklagen. Marcel Lopez wird definitiv nicht bei den Stadtmeisterschaften antreten können mit seiner Innenbandverletzung im Knie. Bei Michael Fromme, bei Maasen Mammuth und bei Marvin Deckert müssen wir noch abwarten. Und dann wird natürlich so ein Turniererfolg zur Randerscheinung, weil man natürlich eigentlich da mit viel Spaß und Freude rangehen will. Und wir mussten während des Turniers jetzt heute am Endspieltag noch einen hinzutelefonieren, damit wir überhaupt spielfähig bleiben. Nur zwei Tage später fand in Nienberge die Endrunde des LEG-Cups statt. Und auch hier boten die Kicker das SC Münster 08 trotz der Finalniederlage in Everswinkel eine ganz starke Vorstellung. Als Gruppenerste zog das Team von den Trainern Thomas und Andreas Höppner ins Halbfinale ein. Gegner dort war der Kreisligist Concordia Albachten. Und der Klassenunterschied zeigte sich auch im Ergebnis. Münster fegte Albachten mit 6 zu 0 vom Feld und zog damit ins Endspiel ein. Gegner dort war der SV Herbern, die im anderen Halbfinale Westfalenligist BSV Ruxel mit 7 zu 6 im Neunmeterschießen bezwingen konnten. Ja, und im Finale stellten die 08er schon früh alle Zeichen auf Sieg. Timo Schwachtmann und Clemens Donner sorgten für das 2 zu 0. Am Ende hieß es durch Höppner und Speerschneider sogar 4 zu 1 für den SC. Und damit verteidigte der SC Münster 08 seinen Titel beim 28. LEG Münsterland Cup in Nienberge. Das ganze System bei uns lebt ja von der Disziplin und von der Organisation, die von der Defensive ausgeht. Und da muss man stabil sein, sind wir. Und darauf kann man dann eben aufbauen und die Spiele dann für sich entscheiden. Ja, es freut mich natürlich, dass ich gewählt wurde dazu. Am meisten freut mich aber, dass wir den Titel geholt haben mit den Jungs zusammen. Äh, ja.